Schlecht, sicher nicht schlecht. Wenn wir vielleicht sich ja mal eher auf gewisse Sachen fokussieren, das eigentlich jetzt einmal. Und dann, oh, Maschinengewehr, Power-Maschinengewehr. Volles Potenzial freigeschalten bei Konstitze. Ich glaube, das ist wieder mal nix mehr. What? Andere Waffe? Ob es leicht? Ich doch irgendwie was Besseres geben könnte? Ja, dann würde ich halt einfach sagen, also zerleg' mir mal. Wir brauchen ein paar Komponenten, habe ich gehört gehabt. Sturme, ist die besser? Ich glaube nicht, oder? Nein, sie ist nicht besser. Die Schrotflinte lasse ich mal sicherheitshalber. Sonst einmal den ganzen Blunderscheiß-Trick einfach weg. Passt. Was kann ich so herstellen jetzt? Geil, blau. Hm, muss ich mir mal gleich zweimal überlegen. Muss ich mir mal gleich zweimal überlegen. Ja, Seherpistolen und das Ganze haben wir eh auch. Du meinst eigentlich quasi nur noch aufbessern, hätte ich gesagt gehabt. Noch geiler, noch besser Upgrades. Hey, die Waffe eigentlich quasi dann stärker machen, oder was? Ja, wenn wir die passenden Komponenten haben, aber... Das ist gut. Das gefällt mir schon mal. Das gefällt mir schon mal. Also, ich glaube, da... Ich weiß nicht, was der jetzt von mir unbedingt mühe, wenn er gut passt. Das Quandel kann ich auch aufwerten. Das ist aber cool. Wie viel kostet? Das ist ja nicht teuer. Wenn wir zum Beispiel sagen, mir tockt das zum Beispiel relativ sehr. Wird keinen sowas aufwerten. Wird mich interessieren. Ah, okay, 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 okay. Ja, für immer und ewig kann ich es halt nicht machen. Das erklärt sich ja eh von selber eigentlich im Prinzip. Aber finde ich schon mal cool. Das ist halt relativ... So, sagen wir jetzt mal so fünf, sechs Mal wirst du schon aufwerten können. Sagen wir jetzt mal so da mal Pi. Ja, finde ich schon mal relativ cool. Dass wir sowas machen können. Passt. Ähm, dementsprechend... Oh, da bist du... Bin ich am Arsch, Digi? Pischt am Arsch. Finde ich eigentlich schon in den anderen Bezirken, oder nicht? Passt ich gar nicht. Sag mal hier, wir haben da nur die ein oder andere neben gewesen. Bisserspäter als nie. Du kriegst ein bisschen später die Geld. Ja, okay, und das ist auch noch abgeriegelt. Okay, passt, sehr gut. Weil ich würde gerne eine Mission machen und dann hätte ich gesagt gehabt so... Ja, Cyber-Psycho-Attacke. Okay. Wär's das wenigstens mal wieder für heute. Hab ein bisschen mehr zum Toren heute. Diesmal sind's keine... Zwei Stunden, diesmal ist es leider nur eine Stunde Stream. Ja, dann hätte ich gesagt gehabt, machen wir auf gemütlich eine Cyber-Psycho-Attacke und... Schaut ja relativ gut aus. Sehr gut. Kriegen wir aber nur einen Vorteil, gell? Nicht irgendwie Upgrade oder sonst was in der Richtung, gell? Nein, das wäre schon super. Wenn wir jetzt zusätzlich irgendwas gekriegt hätten. Äh, bist du eh, aber wo ist denn das Fahrzeug gewesen, Alter? Ein scheiß einmal vor, ob ich den Haverer drüber oder was auch immer oder vorbei. Mir ist wurscht. Mir ist wurscht. Na gut, let's go. Also gut zu wissen, dass wir auch natürlich schauen müssen, das, das und das, ähm, können wir wahrscheinlich auch auf episch und legendär machen. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Aber ist halt wieder die Frage, ob du dann nicht halt auch eine gewisse Stufe dann halt auch noch brauchst für episch oder legendär. Alter, jetzt nur mal hier Zeit gehabt, hörst du, du Frittrottl da, ich brauche die Komponenten. Auf gut Deutsch. Aber wenn ich eine geile Waffe finde, die was man taugt, würde ich dann schon mal in die Richtung gehen. Würde ich die sogar aufwerten und alles. Aber derweil sind das einfach mal so normale Waffen, die was jetzt nicht unbedingt jetzt aufwerten musste. Ist jetzt noch nicht irgendwas Besonderes dabei. Aber, wenn ich's jetzt nicht vergiss, ihr würd gern trotzdem jetzt unsere neue Waffe, unsere neu aufgewertete Waffe, würde ich gerne jetzt da mal ein bisschen testen. Wie der erste Psycho mal wieder? Eh klar. Also typisch zum Cyber-Psycho. Fahre mal wieder. Okay, ist der Psycho? Let's go, der Hase. Ich bin's. Oh. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Jetzt hat es jetzt endlich geschafft, ist es geflüchtet von dem Cyberpsychon, dann ist er erst recht mehr gegangen. Jetzt würde ich ihn gerne mal da rauswerfen. Vielleicht hat er wenigstens was eingesteckt. Das ist aber einer von den Havaren da. Von dem Pre. Aber gut, dass wir jetzt schon mal wenigstens neue Hose haben. Die neue Hose. Wie schaut denn die aus? Ist die sexy? Ja, die... Passt zwar jetzt nicht zu 100% farbstimmig und sonst bla bla bla, aber passt, passt, passt die Wappen. Die Hose, sehr gut. Wird anzogen. Ich würde mal sagen, da war ein kleines Massaker. Alter, du 25 Dollar, leck mich am Arsch. Jetzt kann ich mich wenigstens wieder ein bisschen spielen. Jetzt kann ich mich endlich wenigstens wieder ein bisschen spielen. Na schau. Wir brauchen 55. Ja, das ist schon ein bisschen... 55. 55. Ja, das könnte passen. Was ist das? Kann ich mich in den auch reinhacken? Das wäre es. Kann man ein Cyberpsycho auch heimlich von hinten weier machen? Das würde mich jetzt interessieren. Okay, doch nicht. Egal, Scheißdorf. Ähm, ich bin blöd. Ich bin... Ich habe jetzt nicht auf einem schießen können. Okay. Er flüchtet einfach die Pussy. Na schau, wenigstens ein Überlebender. Ja, der... Du Digi, der ist aber eh nicht gestorben. Trotzdem haben wir ihn einfach mal geplündert. Alles klar. Let's go. Oh, shit. Das war neid, aber mei, oder geil. Boah, der war jetzt aber sehr einfach. Ach, wir haben ja auch unsere Waffe aufgewertet. Perfekt. Perfekten Moment. Oh. Jetzt sagen wir mal her. E-Wohl-Splitter, ha? Ja, wir sollten definitiv mal ne Nachricht schreiben. Wir sollten definitiv. Oder anrufen. Oder nur Nachricht. Ja, da rufen wir es auch nicht, ich gesagt gehabt. Oder? Nein. Seid... Seid... Seid explizit... Nachricht. Bist du deppert? Die schreibt ja einen richtigen Roman, alter. Ha, wager. Die schreibt mir da gleich einen Roman, alter. Leg mir mal. Na, warte mal, na, warte mal. So, da haben wir jetzt eigentlich eh alles. Okay. Weiß nicht, wie ich mir da gehabt habe, so wenn ich schon da bin. Schau's dir vielleicht einmal ein bisschen um. Und vielleicht ganz gleich wieder was hacken. Das wär's. Kriegst wenigstens wieder ein paar Punkte. Erfahrungspunkte. Aber he, von wo haben wir jetzt plötzlich so zwei gleich mal wieder daherkriegt? Das frag ich mich. Ah, weil wir quasi... Nein, okay. Nein, ich hab ein Dach gehabt. Okay, jetzt ist man da vielleicht von da irgendwas da kriegt. Äh, Maschinenpistole. Na, da würde ich vielleicht sogar eher gerne in die Sturmrichtung gehen. Obwohl die Pistole mehr auch nicht... Ja, Kapazität, ja voll. Bisschen mehr tragen wär nicht schlecht. Genau, ein bisschen mehr zum Tragen wär sicher nicht schlecht. Was ist das? Ähm, Schrot finden, leichte Maschinengewehre. Äh, in dem Fall da gibt's immer so vieles, dass ich mir gleich draufwerten würde. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist gut, dass ich mir da mehr Geld kriege, oder? Mehr Geld ist immer sexy. Mehr Geld ist immer geil. Mehr Geld hat sich eh nicht schlecht an. Aber wir haben aber auch was Neues. Ja, da schaut er wie der heftigste Gangsterboss des Todes aus. Na, schau, na, schau. Da bist du etwa da, ein ganzer Horter. Ein ganzer, ganzer Horter. Mit den Stiefelchen, die kann man natürlich mal wieder aufhören. Kann man mal wieder schauen, was da wieder geht. Ja, das wär eh klar. Ah, genau, fehlende Komponenten. Leck mich am Arsch. Kann ich nicht eigentlich vielleicht sogar gleich noch so einen kompletten Überblick kriegen, oder irgendwas? Ja, das, das wär super. So einen kompletten Überblick, dass ich schon einmal so ein paar Sachen leichter zerlegen kann, meiner Meinung nach. Und schau, da hast du das richtig schön aufgelistet. Sogar mit legendieren die Upgrades. Na, Bombe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die Dinger hab ich zum Beispiel da nicht quasi ausgerüstet. Ja, so manche Sachen könntet man vielleicht jetzt auch noch behalten, falls es designtechnisch den einen oder anderen gefällt. Ich würde mich jetzt mal sagen, aber... Ich würde mich freuen, wenn ich so eine Blaupause kriegen würde, für irgendwelche Aufsätze oder irgendwas. Oder Quick Hacks oder Cyberware Mods. Mir ist das wurscht. Hauptsache, ich krieg irgendwas. Das wär super. Das wär richtig lauernd. Aber, hat sie schon mal wieder ausgeteilt mit unserer Pistole, mit unserer neuen, aufgewerteten Pistole? Ja. Kannst du schon was machen. Kannst du schon definitiv was machen. Jetzt hab ich schon wieder was reichs gekriegt. Super. Jetzt hab ich schon wieder was reichs gekriegt. Jetzt sag mal hier. Mindest Level 6. Alter, 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 Alter. Kann man aber auch relativ gut vorstellen, wenn du halt quasi das höchste Level im Spiel hast. Sag mal jetzt 20, 30, 40, 50, keine Ahnung. Kannst dann schon vielleicht gut möglich sein. Dass du dann erst vielleicht anschauen solltest, okay, episch, legendär. Weil das sind dann doch wenigstens Ausrüstungen auf Level. Auf Maxi Level. Sagen wir es jetzt mal so. Weil bei mir die meisten Spiele zahlt es sich dann erst dann aus, wirklich was zu machen, wenn es halt wirklich dann auch viel hast. Okay, dadurch, dass wir eh nicht viel Geld haben, also viel erreicht hast. Dadurch, dass wir eh nicht so viel Geld haben und wir eigentlich eh nicht wirklich shoppen gehen können, würde ich mal dementsprechend sagen, Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.